Musik 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 Ich find's auch cool, dass ich jetzt äh Doc Walle dazu überredet hab, dass er diese Let's Plays guckt Weil ich eben von diesem Spiel erzählt hab, wie toll und so Spaxig das er ist Er glotzt ja Let's Plays an sich nicht Aber er hat gemeint, ja die guck ich dann ja mal sogar Füße Leck mich an der Nille Stirb, stirb So, das ist hier ein bisschen ein Problem Aber ich mach's jetzt trotzdem im ersten Level Um euch nochmal zu zeigen was das für'n Scheiß Fuh Das ist nämlich nicht so Nicht so einfach, ne Das kann auch richtig zu Nillenblutung führen So von der Frustration her Das einzige Manko, was ich an dem Spiel hab, ist einfach echt die Cam Aber Super Mario 64 war auch ein geiles Spiel Obwohl die Cam verfickt scheiße So, hab ich jetzt alle Mommeln? Ja Kommen wir ja weiter, ne Oh, geil, Alter Das Bombenlegende Huhn Das müssen wir jetzt fest Lass mich jetzt hier Äh Die aussehen wie Spiegeleier-Arthrump-Shirt 3D. Und im ersten Level ist es noch nicht so hardcore alles zu sammeln. Das wird erst noch hardcore. Okay, okay, das ist jetzt Hitler. Muss man nämlich so durchsneaken irgendwie. Und dann nicht runterfallen, weil man sonst gefisst hat. So, jetzt mach ich den her. Kabamms! Bin ich Gott, oder wahr? Bin ich Gott, oder was? Bin ich Gott, bin ich Gott? Ja, ich bin Gott. Und Achtung, score jetzt. Wie das Viech einfach in Scheiße und Knochen zerfällt. Das ist so gore. Das ist so violent, Alter. Bitte Kamera, bitte füssen mich jetzt nicht. Hoi! So, ich hol mir jetzt nämlich noch alle Murme. Und noch das Herz hier. Ich ziehe mich gar nicht ein, dass ich jetzt das Extra Life mir nicht hole. Wenn ich es jetzt noch kriegen kann, problemlos. Ist los. Oh, fuck! Alter, das Bumpern, das Herz. Alter, das Bumpern. Ich sehe, das Bumpern. Alter, die dreht mir jetzt nur so einen Schmerz im Anus, ne? Alle Murme gefunden, yay! I have got my marbles together, Alter. Alter, Kamera fickt mich jetzt nicht an. Dauerfeuer, bitch! Endlich, Alter. Aber nochmal schießen, bevor da abkratzt, ne? So haben wir es hier. Geh, Rude! Fuuu! Fuuu! Ich habe jetzt kein Leben verloren. Wenn man da runterfällt, da verliert man kein Leben. Das habe ich schon mal ausprobiert. Ähm... Kann man eigentlich wieder gehen? Jetzt gehen wir zum Musolee. Dann sag mal eben... Dann sag mal zu ihm hier von wegen... Ja, ich habe das Huhn voll gefestet. Erstklossige Arbeit. Du hast dir dies verdient, soldat. Trage sie mit Stolz. Dort ist der Ausgangspunkt. Und nun... AUSTRETEN! Euter! Ey, ey, ey! Yay, Euter! Boogli, woogli! Woogli, woogli, boogli, woogli! Das habe ich jetzt so 100% des Levels, aber es wird kein 100% Run. Und das sage ich euch gleich. Ich mache grundsätzlich keine 100% Runs, weil 100% Runs richtige Pain in die Ass sind. Ähm... Jetzt gehe ich nur aus dem Level raus und dann würde ich sagen, dann... Beende ich die Aufnahme für heute. Oder beziehungsweise... Render ich dann die Aufnahme und nehme dann später nochmal auf, weil nämlich sonst mein Crap sagt... Kann immer aufnehmen, Festplatte voll. LOL! Dähne ich in der Wind. V predictions! Dämmen sie unter anderem! Dähne ich in die Laute! Dämmen sie unter underem! Dähne ich in die Hähne! So! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020